Punkt bin, wo ich, äh, das letzte Mal aufgenommen habe. Vorher werde ich, ähm, bestimmt nichts, äh, nicht auf die Safestays oder, äh, jetzt habe ich auf die Rewinds verzichten. Ich meine, ich habe gesagt, ich will keine Safestays benutzen. Okay, aber Rewinds? Ah, ah, das mache ich bestimmt nett. Oh, jetzt kommt der Teil. All den Teil, den hasse ich so sehr. Ja, da hilft eigentlich wirklich nur, einfach weiterspringen und sich von nichts und niemanden aufhalten lassen. So, wir müssen doch jetzt eigentlich fasten. Nein, das akzeptiere ich nicht. Das Problem mit diesen Flammen vor allem ist ja einfach nur, erstens, die haben keinen Sound und sobald die auch nur ansatzweise fängt zu glühen, wird alles in einem Feld von, glaube ich, zwei oder drei Feldern hochwärts, also so zwei, drei Kästen, ich weiß es gerade nicht, weil ich glaube, zwei waren es, ähm, sofort zur Todeszone und das finde ich einfach nur unrealistisch. In meinen Super Mario Bros. 3 war das, glaube ich, anders, wenn ich mich richtig erinnere. Da, seht ihr? So eine Scheiße. Naja, Gott sei Dank haben wir es ja jetzt schon fast geschafft. Ich bin nur, hab nur 20 Minuten gebraucht dafür, wow. Wow. So. Wow, what the fuck? So. Ja, 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 bla bla bla. So. Und jetzt sind wir in Ice World, Ice Land und ihr seht, ich hab das auch schon durchgespielt, also es ist, es ist einfach nur scheiße gewesen. Es ist einfach wirklich nur beschissen gelaufen und ich ärgere mich darüber auch selbst. Und ich sag euch eins, wenn ich das jetzt dieses Mal wieder nicht auf die Reihe kriege, ähm, dann lass ich mir was einfallen. Dann werde ich wahrscheinlich das hier, wenn, sofern die Videodatei es überlebt hat, ähm, werde ich das hier so dann einfach hochladen und sagen, hier, ich geb ein kleines Commentary dazu ab. Und gut ist, weil irgendwo hört's dann auch mal auf, sag ich ganz ehrlich. Ach komm schon. Weil, ihr müsst verstehen, irgendwo hab ich dann auch keinen Bock mehr, das ist noch ein sechstes Mal zu spielen. Ich meine, mittlerweile kenn ich diese scheiß Level auswendig. Und irgendwo ist auch mal gut. Und das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich auch nicht. Den da hättest du auch noch eigentlich mitnehmen können. Ich hab jetzt irgendwie auch irgendwie voll... Ja, okay, also den Gegner hättest du doch mal mitnehmen können. Sorry, also... Ah... Impossible. Impossible. Ah, Iceland 2, bitte. Oh Gott, nicht dieses scheiß Level. Okay, hier werde ich eine Menge Rewinds benutzen, glaub ich. Ja, es ist dieses scheiß Level. Ja, mit diesen scheiß Viechern. Und da empfehle ich euch übrigens, sofern ihr es springtechnisch auf die Reihe kriegt, diese verdammten Viecher... Also dieses Viech, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Das ist bestimmt eine bestimmte Bezeichnung dafür, aber ich kenne sie jetzt gerade nicht. Einfach sofort drauf springen, damit dieses scheiß Viech dann weg ist, weil es macht euch nichts als Probleme. Glaubt's mir. Und ihr werdet es mir danken, dass ich euch gesagt hab, dass ihr sich sofort ausschalten sollt. Ja. Man sieht, ich hab gerade... So, man sieht, ich hab gerade ein bisschen zu viel Super Mario Land aufgenommen. So. Nicht schlecht. So, wir haben es auch schon wieder fast geschafft. Nach oben. Scotty, beam us up. So. Das läuft ja eigentlich recht gut, muss ich sagen. Also dafür, dass ich in 20 Minuten jetzt schon wieder fast über die Hälfte durch bin. Ich kenne halt die Levels. Das ist einfach nur jetzt scheiße für euch. Und da ärgere ich mich jetzt einfach nur. So, dann gehen wir mal hier ins Mushroom-Haus und holen uns mal ein bisschen Power-Ups. Da-da-dam, da-dam, da-dam, da-da-dam. Ich muss mal gucken, vielleicht nehme ich das Projekt auch heute schon fertig auf, weil ich hab heute frei, also von daher habe ich eigentlich genug Zeit dafür. Gehen wir mal in Island 3 und schauen erst mal, was das hier nochmal war. Was war hier? Ach, dieser Scheiß, dieser Scheiß-Fisch. Der jetzt kein Fisch mehr ist, der existiert nicht mehr. Es ist einfach nur Fail von den Entwicklern, dass sie den Fisch hier das Springen erlaubt haben. Vor allem, dass ich jetzt hier eine Feuerblume habe. Ich meine, der kommt nicht wieder. Das finde ich ja, das ist ja das Geniale da dran. Wow, warum war jetzt hier gerade ein Lag drin? Ich weiß es nicht. Da-da-da-da-da-da-da-dam, da-dam, da-dam. So, haben wir das Level auch schon wieder durch? Gut. Ja, komm, fast forward und dann gehen wir mal hier direkt ins Ice Fortress und versuchen das dann nochmal. Jetzt kommt erst mal wieder unser alter Freund Lucky, du, ich hasse dich immer noch. Deine tote Version hasse ich übrigens noch mehr. So, rein da. So, haben wir nämlich ein Problem. Ah, doch nicht. Okay. Wir müssen jetzt versuchen, die Feuerblume so lange wie möglich zu behalten. Weil ich glaube, in den ersten Abschnitten kriegen wir nicht mehr so schnell eine. Meine. Ich muss da runter, aber fällt mir gerade ein, weil da unten ist ein P-Switch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und den brauchen wir. Scheiße. Okay. Na. Shit. Oh. Ich hasse dieses Level. Alter, du hast schon mal gesagt, dass ich es hasse? Nein, dann sage ich es jetzt. Ich hasse dieses. Naja, vor allem, weil ich da auch überhaupt was berührt habe. Ich bin so froh, wenn ich aus dieser Eiswelt draußen bin. So. Jetzt aber. Allzu viel Zeit haben wir, sollten wir uns nämlich hier nicht lassen, weil wir haben hier noch ein kleines Puzzle zu lösen. So, dieser Block da oben hätte uns jetzt nur gesagt, dass wir mit runterdrücken diese Blöcke da kaputt machen können. So. Ich bin mal gespannt, wohin mich diese Blöcke jetzt hier bringt. Ah, schon wieder dahin. Also, wir müssen doch hier rüber, ganz nach rechts. Okay, weil in den anderen Aufnahmen bin ich immer bisher nur ganz nach rechts gegangen. Und jetzt sind wir auch richtig. Ne, das mit dem Rätsel war, glaube ich, in dem anderen Schloss. He, 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 he. So, geschafft. Okay, dann in Island 4 machen wir als nächstes die Gegend unsicher. Oh, Augenkrebs. Danke. Sorry, Leute, aber das ist Augenkrebs. Boah. Ihr werdet es mir danken, dass ich das jetzt so gemacht habe. Hab ich schon gesagt, dass ich das als Kind total gemocht habe? Ne, konnte ich ja gar nicht sagen, weil wir ja auch nicht in dieser Eiswelt waren, weil das jetzt schon das fünfte Mal ist, dass ich diese Scheiße jetzt hier mache. Ich verstehe immer noch nicht, was Yoshis Island Musik hier zu suchen hat, in diesem Heck. Ach ja, jetzt kommt der Müll hier. Wir brauchen einen P-Switch, glaube ich, und den holen wir uns jetzt von hier unten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber dazu müsste ich natürlich erst mal in die richtige Röhre kommen. Aber ihr kennt mich ja, ich bin absolut unfähig, die richtigen Röhren zu erkennen. Ach, diese scheiß Qualentiecher. Ich meine, wozu den P-Switch da unten verstecken? Ne. Wir machen das Maffi genauso schwer wie sonst auch immer. Wir machen ihm das Leben zur Hölle. Das steht ja auch immer in unserem Arbeitsvertrag mit Nintendo. Ach ja, stimmt. Hab ich schon erzählt, dass das ein Franzose war, der diesen Hack gemacht hat. Ich hasse die Franzosen übrigens. Aber wer hasst sie als Deutscher nicht? Oh, der Gegner ist weg. Also dieser Spiney ist weg. Interessant. So, dann rein da. Wo komm ich jetzt raus? Hab ich nicht den BG-2. Okay, gut. Naja, dann werden das jetzt hier wohl die ganz normalen Sprites sein. Aber das ist ja schon das Ziel. So, fast forward. Und dann gehen wir mal hier in Iceland 5. Und dann haben wir es auch Gott sei Dank schon wieder fast geschafft. Warum ein Scrolling-Level? Habe ich schon mal gesagt, dass ich Scrolling-Level hasse? Nein. Dann sage ich es jetzt. Ich hasse Scrolling-Level. Aua. Und diese Viecher da hasse ich auch. Und diese Viecher hasse ich auch. Wow, das war aber jetzt knapp eben. Boah. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Äh, sorry, wenn ich jetzt gerade wenig sage, aber ich muss mich gerade echt extremst konzentrieren. Bitte eine Blume. Nein. Boah. Boah. Müssen wir jetzt nicht mal langsam am Ende des Levels ankommen? Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es ist lang... Es ist langweilig und es ist nervig. Und ich habe keine Feuerblume, verdammt. So. Gut, Island 6. Oh Gott sei Dank, wir haben uns ja fast geschafft. Ich versuche jetzt einfach mal so querbeet durchzurennen. Nein. Nein, ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere das auch nicht. Hey, das Ziel ist doch tot. So, jetzt. Oder was? Oh Gott, nicht diese verdammten Pinguine. Da, 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 da. Okay. Müssen wir es nicht mal langsam geschafft haben? Also, ich bin geschafft von dem Level. Anyways. Der